hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir so wie ihr seht es kam heute eine box und damit gibt es ein box opening und ich hoffe da ist auch der elias drin dann viel spaß dabei okay ich habe die adresse schon weg gemacht ok da ist noch eine adresse aber nicht meine wie mache ich denn das jetzt gut eingepackt also er ist gut eingepackt und er hat sogar noch eine decke bekommen und er hat mein ding wieder dabei und da ist er jetzt bin ich gespannt oh gott wow es fühlt sich jetzt so an wie die liebe maler wahnsinn das sieht ganz anders aus ich hab noch was mit oh sie hat mir noch ein Halsdruck dazu gegeben und so einen coolen schnuller so einen coolen schnuller okay jetzt muss ich mir das erst nochmal ganz genau anschauen okay So, und alles. Oh, das fühlt sich wunderbar an. Voll schön, voll schön ist er geworden. Hat ja so eine schöne Struktur und sieht nicht mehr irgendwie so komisch aus. Ich glaube, sie hat ihn auch gewichtet. Oh, das fühlt sich da auch so an. Okay, was denn jetzt das Gesicht? Wie mache ich denn die coole Windel jetzt runter, dass sie nicht kaputt geht? Oh wow. Oh Gott. Oh Gott. Sieht aus, wie wenn er echt wäre. Gar nicht mehr wie vorhin. Wie wenn er ihn anschaut. Oh, schön. Hammer, Hammer, Hammer. 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 Er hat so richtig tolle Haare. Oh, vielen Dank ihm. Vielen Dank. Er hat Haare. Er hat schöne Haare. Hammer. Und er schaut einen an, nicht mehr so wie vorhin. Die Wimpern. Schaut euch das an. Oh, ihr seht ihn gar nicht. Schaut euch das an. Ein Traum. Ich vermute mal, man kann es nicht gut sehen, aber fokussiere. Ein Traum. So. Hm. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich ihm doch was Schönes anziehen. Hm. 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 Schön. Schön weich. Schön weich. Schön weich. Gott, bin ich froh, dass er jetzt endlich da ist. Ihr glaubt es nicht. Ich muss dir drei Wochen warten. Drei Wochen. So. Jetzt hole ich mal schnell den Weihnachts-Body. Den ich doch noch hab. Oder ich lass das an. Ich lass das anholen jetzt den Weihnachts-Body. Okay, machen wir weiter. Das sollte ich ihm unbedingt anziehen. Das sieht toll an. Jetzt würde ich mir das immer gewünscht haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So kleberig. Irgendwie. Er hat genauso tolle Haare wie die Maler. Und irgendwie. Ich weiß nicht. Es ist weicher. Ja. Ich hör den einfach zu lang nicht mehr. Ich weiß nicht. 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 Es gibt nur einen Wurbel. Und ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Das sieht schon aus wie du hast. Aber er sieht jetzt saubernd aus. Perfekt. Ja, dann lege ich ihn dann wohl mal zu den anderen und dann ist jetzt alles wieder perfekt. Dann hat es mich gefreut, wenn ihr eingestellt habt und das Video bis zum Schluss gesehen habt. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi!